Morgen ist es mir. Heute wird sich viel verändern. Und zwar wird sich verändern, dass ich einfach hier hinbekommen schaue. Ich habe mich gefreundet richtig und so viel rufen ich sie auf FaceTime. Das nervt mich, dass ich meine Schwester. Und das nervt mich, weil das heutzutage singt. Ich stecke in den Tisch. Ich helfe nach der Wäsche. Ich spiele in den Hallen zu meiner Schwester. Ich spiele noch als Zwitsch. Ich kann auch noch mit mir aus Musikschulen gehen. Ich bin in den Runde-Kur. Also kann ich nicht bei der Pfad-Trikur für die Lehre mit. Ich gehe doch mit FaceTime. Und wir sind noch angegangen etwas zu machen. Und zwar ein Buch über Pokémon. Da hat er täglich ein bisschen über Pokémon. Ich freue mich, dass ich meine Schwester habe, die Flucht mit einer älteren Zeit zu verbringen und ihm gut geht. Geht es dir gut? Ja, dir. Mir geht auch ganz gut mit Fenstern, Flucht mit den älteren Zeit zu verbringen. Ja, natürlich. Was musst du da schaffen? Ich schaffe nämlich an einem Kitzelbuch. Ich fange schon zickzacken zu machen. Und schon schieb ich schon so alles. Und noch Buchstaben. Für meine Freunde Ideen zu geben. Du musst einen Schlangen. Und dann gehst du auch noch bei anderen Schlangen. Und dann gehst du auch noch Schlangen. Und von den Schlangen, die du gemäht hast. Und dann geht die anderen Schlangen weg raus. So geht die anderen kann noch mal weiter in den Schlangen. Ich dir so gut. traveling Zeit. Ich preview diesen Schlangen. Ich nehme schön Zeit. Und da darf sich 역시 noch Teenen.